Howdy Leute, euer Miftaka hier und heute ist wieder Xur-Tag. Der vorletzte dieses Jahr steht auf der ETZ, wie immer, gewundene Bucht Hintporten, nördlicher Richtung, dort steht er dann hier oben auf dem Felsvorsprung. So, ganz kurz, heute Abend werde ich streamen, auf jeden Fall, ich denke so spätestens 21 Uhr. Wir werden auch ein bisschen Emblemverlosung machen, ich werde mit euch die Exo-Mission laufen, wenn ihr die braucht. Wir werden Spitzenreiter See der Schatten spielen für den Master GL, ja, also für den Adept Granatwerfer. Kommt einfach rein, wir gucken dann einfach spontan, was wir machen. Vielleicht geben wir auch ein bisschen Kommt noch rein, wir gucken einfach mal. Dann habe ich gedacht, ich mache dieses Video so ein kleines Jahresrecap, das werde ich dann beim nächsten Xur machen, weil ich hatte ganz vergessen, wir haben ja noch einen dieses Jahr, da werden wir das dann einfach nochmal machen, da werde ich dann auch vielleicht nochmal die ein oder andere Verlosung machen. Und ja, das machen wir auf jeden Fall nicht heute und ich würde sagen, wir gehen rein. So, was haben wir hier? Wir haben Kaltherz. Jeder, der mich schon länger verfolgt, weiß, dass ich seit Arcus 3.0 in vielen, vielen Builds mit Kaltherz gespielt habe auf Arcus, weil wir eben hier der längste Winter haben und erzeugt im hohen Schadensmodus regelmäßig ionische Spuren. Ionische Spuren sorgen dafür, wer das nicht weiß, die kommen dann quasi zu euch über den Boden geglitten und ihr bekommt dadurch Fähigkeiten und Energie. In Kombination hiermit, mit Arcus generell, wo man sowieso schon eine sehr, sehr hohe Fähigkeiten Regeneration hat, könnt ihr die Dinger spammen wie verrückt. Also gerade auf Arcus Warlock ist es komplett krank, ja. Und hier ist es so, wenn ihr länger auf dem Ziel bleibt, macht ihr auch höheren Schaden, ja. Dann geht ihr in diesen hohen Schadensmodus und da macht ihr dann halt auch diese ionischen Spuren. Kann ich jedem nur empfehlen, das in der Sammlung zu haben. So, dann haben wir Himmlischer Nachtfalke. Weberg bekommen diese Season mit dem einen dicken Bomberschuss, ja. Habe ich auch schon ein Build mit hochgeladen, diese Season. Solltet ihr auf jeden Fall auch mit in der Sammlung haben, ja. Stats mäßig ist jetzt für PvE nicht ganz so toll, weil wir haben halt viel Intellekt. Wobei das jetzt für ein Build, was auf eine Super spezialisiert ist, gar nicht mal so verkehrt ist. Aber wir generieren generell schneller Super durch Schaden, den wir machen, als über einen Intellekt-Stat. Äh, ja, auch viel Erholung braucht man jetzt auch nicht unbedingt. Wir haben aber noch ein bisschen Belastbarkeit, Mobi drauf. Overall ist der Wall okay, ja. Ihr könnt die ganzen Stats dann über die anderen Rüstungsteile ausgleichen. So, Sintoseps, ein weiteres Meta-Exo, jetzt hier auf dem Titan. Hat einen kleinen Nerf bekommen diese Season, ja. Du erhältst erhöhten Nahkampf und super Schaden, sowie verbesserte Waffenhandhabung. Und ein erhöhtes Nachladetempo, wenn du umzingelt bist. Ja, das heißt, die Schadensresistenz, die ist runtergegangen. Trotz alledem kann ich euch sagen, auch wenn viele jetzt hier immer anpreisen, Wurmgott und so weiter. Ja, Wurmgott ist zwar gebufft worden, dieses Season. Ich kann euch aber auch sagen, und ich habe es schon selber erlebt mit vielen, mit denen ich gespielt habe, die dann mit dem Strand Titan mitgekommen sind und dann mit Wurmgott gespielt haben. Jetzt irgendwie Windung oder sonst was. Wenn ich dann mit meiner Sunshot rumlaufe, dann stacken die da gar nichts mehr hoch. Ja, weil das ist nämlich das Problem bei Wurmgott. Wenn ihr Leute dabei habt, die schnell Kills machen und viele Kills machen, dann bringt euch Wurmgott fast gar nichts, weil ihr lauft dann immer blöd hinterher und könnt die Stacks nicht aufbauen, ja. Deswegen, ich sage es euch nur so wie es ist, Sintus selbst ist immer noch sehr dezent, immer noch gut, gerade für den Bonk Titan auf Solar, kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Auch hier Stats mäßig nicht ganz so toll, aber denkt dran, wenn ihr das habt, dann könnt ihr es ja bei Raoul neu fokussieren. So, dann haben wir Fellwitter-Shelm. Hiermit können wir mit aufgelahnen Nahkampf-Kills einen Energiestoß erzeugen, der Gegner schwächt, ja. Und je nachdem, wie hoch die Gegner sind, ob das jetzt ein Major-Gegner ist, nur ein kleiner Gegner, ein Miniboss und so weiter, erhöhen wir dadurch den Radius und den Effekt. Ist ein Nischen-Exo, ja, das ist jetzt nichts, was man unbedingt immer braucht, aber kann gerade mal so für die ein oder andere Low-Man-Situation oder Solo-Situation, ich weiß noch damals so Prophecy, erster Boss, um den irgendwie Solo wegzunuken, hat man da mal mit Fellwinter gespielt, ja. Kann man auf jeden Fall in manchen Situationen gebrauchen. Ist jetzt nichts, was ihr unbedingt haben müsst. Stats mäßig ist das natürlich hier Käse, auch wenn wir halt ein bisschen Stärke drauf haben, aber auch wieder Intellekt, gar keine Disziplin und so weiter. Könnt ihr aber dann neu fokussieren bei Raul. So, dann bei den Bögen hier. Hüftfeuergriff, erster Schuss, Gefahr erkannt, Raserei. Das braucht ihr alles nicht. Leute, man kann mittlerweile so viele Bögen craften, ihr braucht keine Bögen mehr kaufen. Das ist, das könnt ihr alles vergessen. Ich meine, das sind jetzt eh zwei Roles hier, die braucht ihr nicht, aber mittlerweile kann man so viele Bogen craften und ich würde bei Bogen generell sowieso für sowas explosive Spitze, Tempo des Schützen, das sind so Perks, die man da haben möchte, ja. Also jetzt für PvE natürlich, nicht für PvP. So, dann haben wir hier eine Vulpe Cooler, eine 180er. Ich weiß, die können mit Adagio relativ nervig sein. Der Rest ist allerdings hier nicht so geil, deswegen würde ich euch die auch nicht empfehlen. Dann haben wir die Zahl, ja, hier 450er. Die sind ja mittlerweile relativ meta geworden im PvP oder werden zumindest sehr viel gespielt. Da haben wir aber, da kann ja jeder wahrscheinlich mittlerweile die Amit craften, ja, das ist die erste Craft Quest, also die sollte jeder haben. Die kann ich euch dann eher empfehlen als das Ding hier. Explosive Natur, ein relativ guter Wellengranatwerfer, nämlich wegen dem intrinsischen Perk Landpanzer. Hier könnt ihr nämlich durch Todesstöße eure Belastbarkeit erhöhen, also eure Schadensresistenz. Ist jetzt nicht so der geile Perk hier, also beziehungsweise Perkkombination. Ich meine, einer für alle, ja, das triggert schon mit einem Wellengranatwerfer relativ schnell. Und, ja, Ursprung, ja, ich meine, irgendwie nachladen oder sowas, das brauchst du bei dem Ding eigentlich nicht. Wenn ihr euch den craften könnt, ja, dann ist okay. Ansonsten, denkt immer dran, weil das Thema haben wir jetzt schon öfter gehabt, man kann natürlich die Waffen, die craftbar sind, ja, sowas wie explosive Natur, könnte man natürlich hier bei Xur kaufen. Und wenn man die Harmonisierer übrig hat, könnte man die da einsetzen und fünfmal quasi sich das Ding hier kaufen und dann Bauplan draufsetzen. Ja, dann könntet ihr die craften. Ihr müsst natürlich immer wissen, wie viel habe ich übrig und was fehlt mir noch. Grundsätzlich sage ich, nehmt diese Dinger wirklich für Meta-Waffen aus Raids oder sowas, ja, weil ihr vielleicht nicht so oft raiden geht oder sowas. Und dann könntet ihr sie darüber holen. Ich habe zum Beispiel jetzt dieses Season für das Fusionsgewehr aus der Windung, habe ich zwei genommen, weil das halt schlecht gedroppt ist bei mir. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich sage euch nicht, kauft das hier. Weil wir haben mittlerweile, wir haben gute Wellengranatwerfer, jetzt der, jetzt gerade in der Dämmerung drin ist, ist sehr gut. Und wir haben Nachsicht aus Schwur. Ja, ich würde euch jetzt nicht sagen, nehmt jetzt fünf Stück und macht das daraus. Aber er ist für Solar, ist er sehr, sehr gut. Ja, gerade auch wegen diesem Perk Landpanzer. Aber wie gesagt, muss jeder für euch selbst entscheiden. Das ist jetzt auf jeden Fall kein Premium-Mobile hier. So, dann haben wir Krelle der Versuchung. Fernkampfschwert. Mit diesen Perks braucht ihr das allerdings nicht. Dann haben wir hier ein Nadelöhr mit Selbstlader und Vopalwaffe. Mittlerweile kann man aber eine Taipan craften. Ich sage mal, so schlecht ist das hier nicht tatsächlich. Ja, sind zwar nur zehn Prozent mehr Damage auf einer Heavy-Waffe. Ja, Vopalwaffe. Aber ja, müsst ihr halt mal gucken. Ist einigermaßen okay tatsächlich der Roll, sage ich mal. Auch wenn ich hier vielleicht lieber für eine größere Batterie gehen würde. Aber wir haben mittlerweile so viele Fusionsgewehre, Linearfusionsgewehre, die wir craften können, die wir spielen können. Da braucht man eigentlich keine Nadelöhr mehr. So, was haben wir hier Rüstung? Okay, wir haben zu viel Mobi drauf. Das ist nix. Zu viel Mobi drauf und ja, das ist auch nix. So, dann haben wir eine Falkenmode mit Schnappschuss. Das braucht ihr auch nicht. Und dann würde ich sagen, gucken wir nochmal eben ganz schnell, was die anderen haben. Ja, Loot ist halt wieder relativ bescheiden. Auch wenn ein paar Meter Exos dabei sind. Wie gesagt, Stats sind halt nur blöd. Da müsst ihr dann gucken, dass ihr die halt neu fokussiert. So, ähm, was haben wir hier? Titan. Einmal laden, bitte. So, Titan haben wir hier mit den Handschuhen mit 64. Zu viel Mobi drauf. Dann haben wir 63, 62 und 63. Erholung, Disziplin, Intellekt. Ja, das braucht ihr auch nicht aufgeteilt. Zumindest nicht so in der Kombination. Und dann haben wir auf dem Jäger, haben wir 64. Warte mal, wir haben Mobi drauf. Intellekt, Stärke, Belastbarkeit. Ja. So, dann haben wir hier 66. Wir haben Mobi, Erholung, Disziplin, Intellekt. Das könnte man tatsächlich für PvP nehmen. Das könnte man für PvP auf jeden Fall nehmen. Die Brust, wenn ihr da keine vernünftige habt, die wäre tatsächlich relativ gut. Dann haben wir hier 64 mit Erholung und Intellekt. Das wäre auch wieder was eher für PvP, weil Intellekt und Erholung ist halt dort sehr wichtig. Besonders Intellekt ist halt in so Sachen wie Twiles wichtig. Und dann haben wir hier nochmal Mobi und Fullstärke 65. Die sind gut, wenn ihr zum Beispiel die Omniokulus-Brust spielt. Ja, weil Stärke sorgt nämlich dafür, dass wir unsere Rauchgranate schneller bekommen. Das wäre auf jeden Fall hier eine sehr, sehr gute Kombination. Könntet ihr gut mit der Omniokulus für ein Invis-Bild nehmen. Ja, und ich würde sagen, das war es auch schon. Also denkt dran, Leute. Ich bin heute Abend live. Und dann gucken wir einfach, was wir machen. Wie gesagt, schreibt dann einfach in den Chat, was ihr braucht. Dann mache ich das mit euch. Ansonsten vielleicht gehen wir auch mal ein bisschen PvP spielen. Ja, alles klar, Leute. Wir sehen uns später oder spätestens nächste Woche im Video. In dem Sinne wünsche ich euch viel Spaß, guten Loot und bis zum nächsten Mal. Ciao.